Tony Krausinis Sohn schreibt Wunschzettel für YouTuber an den Weihnachtsmann. Yo alter W, mir fällt nicht viel ein zu Miguel Pablo. Er ist so sexy wie Durchfall im Klo, hat eine kleine Delle im Gehirn. So erleuchte doch einfach sein dunkles Gemüt, damit er das Licht am Ende des Tunnels sieht. Schenk ihm eine Lampe, so vergisst er die ein oder andere Schlampe. Schenk ihm eine Fackel, vielleicht vergisst er so seine YouTube-Kacke. Schenk ihm einfach mehr Licht, dann wird aus diesem kleinen Wicht ein schicken Winkfreier mit freundlichem Gesicht. Tonis Sohn.